Und wir sind live. Ladies and Gentlemen, ein sehr, sehr wunderbarer Morgen und willkommen zu dem AI Summit 2021. Ich würde sagen, das sind starke Bilder und damit, meine Damen, meine Herren, darf ich Sie ganz herzlich willkommen heißen zum Dell Technologies Forum 2021. Schön, dass Sie mit dabei sind. Sie haben sich zahlreich eingewählt. Wir sind ja wieder virtuell unterwegs. Wir kennen uns allerdings noch nicht, deswegen darf ich mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Julia Bauer. Ich habe die Ehre, euch heute durchs Programm zu führen als Moderatorin. Of course, we appreciate very, very much that you're watching us, but we would also like to see how you enjoy this Summit, so you can actually share your impressions via the app and we can see how you are taking part. And I can promise you, we have 50 minutes of excitement, so we can quote you on the fact that racing, fun, safety, excitement, but also sustainability can go together. Nico Rosberg. Absolutely. Thank you very much. I'll say a little bit around this kind of topic. So, Mr. Fischer, would you say that you see a progress when we're looking at China from an export-led economy to one that actually concentrates more on the domestic field? Well, I think... Jetzt bei uns ist der Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Peter Altmaier. Herr Altmaier, die EU hat ja jetzt das Ziel, bis 2050 klimaneutral zu werden. Welche Rolle spielt denn da in Ihren Augen der Green Deal im Bereich Gebäude und vielleicht auch die staatlichen Förderungen? Ja, hallo und guten Tag, sehr geehrte liebe Frau Bauer, vielen Dank. Vielleicht fassen wir das Thema Nachhaltigkeit noch mal kurz zusammen. Das sind ja die drei Komponenten. Wir haben die Wirtschaftlichkeit, die Ökologie und das Soziale. Wenn wir jetzt die Wirtschaftlichkeit mal rausnehmen und uns konzentrieren auf die gesellschaftlichen, auf die umweltpolitischen Aspekte, wo sehen Sie denn da eigentlich den größten Handlungsbedarf? Warum hast du eigentlich eine andere Komponenten gemacht? Weil wir können. Barack Obama, er kann. Das ist das ich nennen, ein excellentes Interview. Und seit Jan hat so eine sehr gute Arbeit gemacht, ich dachte, warum nicht ich einfach nachdenke und nachdenke, und er kann das Interview mit Omar Tassi machen. Ich hoffe, ich freue mich. Oh mein Gott, ihr guys, das ist die brand-new EQS. Let's close the door. Mit einem kleinen kleinen Push. Und da geht's. So, warum nicht ihr euch auf eurem Telefon, ein bisschen Video und erzählen uns, was ihr denkt über die Idee von der Summit, oder wie ihr möchtet der EQS, oder, you know, einfach nur etwas, was auf ihr denkt. So, a lot of content, nicht nur für unsere Welt, für unsere Business Welt, aber vielleicht auch für die nächsten Sci-Fi-Movie kommen. Vielen Dank für diese Panel-Diskussion. So, ihr guys, hier sind wir wieder, zurück in der Auto, und ich muss sagen, pfff, ich muss ein tiefes Mal sagen. Now, bevor wir eine Schlussfolgerung des Tages, wir haben gedacht, dass jemand anderes könnte so machen. Wir können auf die Frage, dass China ist und will ein wichtiges Spiel wenn wir über Politik sprechen, über Strategie, über die Umwelt, aber sicherlich auch Investments. At this point, I would like to thank all of you for being here in the studio, for being out there. So, all in all, that was it from our side. Thank you very much for being our speakers. Thank you very much. Ich wünsche Ihnen für die berufliche Zukunft weiterhin alles Gute, viel Erfolg, bleiben Sie gesund und vielleicht bis bald. Dankeschön. Bleiben Sie gesund, dankeschön und bis dann. Tschüss. ur ist, wie Sie ganz schön sind. Das ist zwar die berufliche Zukunft, die berufliche Entwicklung, die berufliche Zukunft, wie Sie sicher ist. Vielen Dank.